In dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Jetzt gibt es Einbruch. Sie bleiben weg vom Tor. Jetzt sind sie hier. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Ja, was willst du da machen bei so viel Druck? Weg ist der Ball. Das könnte sein. Wahnsinns Tor. Das ist unglaublich. Wie hat er den Ball getroffen?